Am Mittwoch haben wir es mit viel Wärme zu tun in Deutschland, aber es streift uns eben auch ein Sturmtief. Und das gilt ja wie in den vergangenen Tagen auch schon, wo wir im Norden die dichten Wolken und teilweise auch Regen hatten. Das gilt eben vor allem für den Norden Deutschlands. Und es ist dieses steuernde Sturmtief hier namens Ralf. Ist eigentlich ziemlich weit weg von uns mit seinem Zentrum, aber es erreicht eben mit seiner Kaltfront am Mittwoch den Norden Deutschlands. Im Süden haben wir auch eine flotte Strömung, zumindest so in 5, 6 Kilometer Höhe. Aber hier ist auf jeden Fall die milde Luft noch da, beziehungsweise die Wärme ist noch da. Und das bedeutet, das zeigt der Wolken- und Niederschlagsvorschaufilm, dass es in weiten Teilen Deutschlands sehr, sehr freundlich ist nach lokalem Nebel. Aber hier im äußersten Norden, da zieht dann im Tagesverlauf eben diese Kaltfront mit dem Regen auf. Und der Wind legt ordentlich zu. Wir haben hier teilweise Böen 70, 80 Kilometer auf der Freien Nordsee, auf den Inseln. Und auch im südlichen Niedersachsen. Bis dahin kann es also sehr ruppig werden. Ansonsten, auch in Süddeutschland, ist der Wind schwach bis teilweise mäßig. Am Mittwochmorgen und am Vormittag gibt es nur ganz vereinzelt Nebel. Der löst sich sehr schnell auf. Verbreitet ist es dann sonnig, im Norden bewölkt. Und dann am Nachmittag verstärkt sich der Regen insgesamt und breitet sich ein bisschen weiter auch nach Osten aus. Aber schon knapp nördlich der Mittelgebirge sieht es insgesamt relativ freundlich aus. Das bedeutet, wir haben im Norden nur wenig Sonne, so etwa 0 bis 3 Sonnenstunden. Aber schon ab dem Nordrand der Mittelgebirge so etwa 5 bis 8. Und in Süddeutschland ist es richtig sonnig, das maximal mögliche so 10, 11 Sonnenstunden. Und entsprechend die Temperaturverteilung, wobei die Wärme noch mal ein bisschen weiter nach Norden vorankommt, vor dem Regen trotzdem im Küstenbereich knapp unter 20 Grad. Ansonsten verbreitet im Norden 20 bis 25 und in der Mitte und im Süden 23 bis 28 Grad. Das ist ungewöhnlich. Am Donnerstag liegt das Regengebiet in der Mitte Deutschlands und die Temperaturgegensätze verschärfen sich.